Ach du Scheiße! Wo ist es denn gelaufen? Was ich vergessen habe ist der 7.1 Sound einzustellen, damit man ein Headset höher von wo die Gegner kommen. Alter Hunde, das ist ja brutal. Wenn ich durch Hunde fällt dafür, dass ich Organe in meinen Beutel stopfe. Ok, wo ist der letzte? Oh mein Gott! Easy Digga, easy! Bin ich cool? Dass er so das eklig findet. Was? Ich habe nichts gemacht. Die waren tollwütig. Das war Notwehr. Feuer! Was ist das? Feuer? Sind das Feinde? Boah! Was habt ihr denn gemacht, ihr Deppen? Das war aber 2 Jahre noch voll heftig. Da hat man irgendwie so richtig Feuer ausgenutzt, um Leute aus den Häusern zu treiben. Bist du böse? Ey, bist du böse? What's wrong? Ey! Hä? Ja komm her! Willst du dir das Maul, hä? Hä? Was ist denn noch vor hier stehen? Oh fuck. Ach du Scheiße. Ich habe nicht mehr viel Munition. Ich brauche mehr Leder, damit ich Blüftaschen machen kann. Ach, die jagen die Tiere. Greift mich an. Ey, ihr seid so tot, ihr Scheißhunde. Kusch! Meine Beute! Oh! Was ist das denn? Ah! Uh! 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 Genau! Komodo-Baran! Das wollte ich sagen! Alter, was... Ich... Ich... Komm hier zu nichts! Inwieher habe ich das Gefühl, dass hier irgendwie unter der Erde auch noch irgendwas ist. Ah! Jetzt wird es langsam dunkel. Aua! Was... Was ist denn los? Gut, äh... Bevor ich meine Hauptquests vervollständige, möchte ich erstmal nach Amanaki und mehr Waffen und so'n Shit kaufen. Los! Schnellreise. Eigentlich hasse ich ja Schnellreise, aber hier ist das nicht so cool wie bei Assassin's Creed durch die Gegend zu laufen. Jagen! Vater! Bruder! Töte! Kopf! Schmecke! Freunde! Freunde schmecken guuuuut! Oh! Ich höre so Limonenviecher, so kleine... Kapuziner... Affen... Beides dasselbe. Da! Guck mal! Guck mal! Darf ich die töten? Komm, komm, komm! Oder sind die heilig oder so'n Shit? Komm her! Ah! Anscheinend sind sie heilig. Schade. Ah, wobei man merkt, ob ein Spiel gut ist oder nicht. Man muss das Radio anmachen können. ifj Seine Nee, ich muss erst mal her stellen. Ich stell erst mal her. Medizin Okay, kann ich nicht Jagd Verbessere deine Jagdvermögen mit diesen Spritzen Das ist aber wirklich Doping hier Okay, verstehe ich noch nicht ganz, aber Sprengen, Brennstoffgurt, Flammenwerfer Waffengurt, Brieftasche, Spitzen Brieftasche sollte ich erhöhen, das haben sie mir gesagt Einfache Brieftasche herstellen Robuste Brieftasche herstellen Da reicht mir das nicht An Zeug Waffengurt Einfacher Waffengurt, reicht mir auch nicht Brauche ich mehr Ziegen Pfeile Brauche ich auch Ziegenfell Mann, ich will einen Bogen Hi Hi Ich hätte gerne Warum kann ich denn nichts kaufen? Achso, muss ich da erst raufgehen, so? Ah Nee, Scharfschützen, nee Nee, danke Spezielles Vielleicht fällt ein Bogen unter Universalwerkzeug Da Oh Oh ja Und das ist auch noch so ein stylischer So ein Ja gut, ich finde beides Arten von Bogen cool Diese Cyberviecher Abbrechen Kaufen Hau rein Mit Rotpunktvisieren Ja, das ist ja low Egal Yes Gut, jetzt brauchen wir noch Pfeile Das fällt bestimmt unter Munition Hä? Verarsche Ah, okay Muss ich so machen Da Ah, ja gut Ich muss erstmal farmen gehen Those radio towers online If you don't I can't get new stock In from the rural villages Ja, I know I know that you need that new stock From the other villages Why are you speaking When I'm not In your fucking house Ah, you're my cousin You know you're the only family I have That's worth the damn Eat Let's put some meat on those skilly bones And yet You're still eating it Das hat er denn genommen Okay, jetzt hat's nachgelassen Hi Hi Ähm Ich will jetzt den nächsten Funkturm Äh, funken Hier Wisst ihr das? Ich find bestimmt Andere welche gesungen? Komm schon aus dem Haus Oder so Ähm Ich find auch bestimmt Ein Auto auf dem Weg Oder? Ich muss doch meine Drei was Erhöhen Alles schön mitnehmen Ich merke, dass es Wichtig ist Deine Ausrüstung Oh Oh Halten Wie breche ich das ab? Ach guck, da ist so Diese Vorrichtungs Dingens Kann ich die wieder einsammeln? Yes Das ist natürlich Äh, das beste Die beste Waffe Bei einer Zombie-Apokalypse Die es gibt Ne? Kannst leicht Das Hirn schrotten Äh Und die Munition Wieder aussammeln Ich mein Geiler geht's nicht Armbrust wäre natürlich Noch eine Stufe besser Aber Man kann Oh Man kann ja nicht alles haben Was ist mit dir passiert Bis dann Ich verstehe schon Was passiert ist Äh Das hatte ich jetzt eigentlich nicht vor Aber von mir aus Und jetzt ist es einfach Um jetzt zu fahren Ich nehme alles wieder zurück Oh my fucking god Wow Alter, das geht ab Erfolg War das nett No problem, bitch Warum nenne ich ihn, bitch Oh, eine Schutzbeste Mega Alter, was man hier alles findet, ne Man müsste eigentlich Wenn man das Spiel Schnell durchspielen will Läuft man einfach erstmal Ein bisschen hier durch die Gegend Sammelt alles ein Und dann tüttet man alle locker Kann ich mir vorstellen Jetzt hab ich auch noch Hier so ein cooles Gefährt Ein bisschen Oh Besser fahren Ich fahre einfach mal geradeaus Wiesste, kann gar nichts schief gehen Ich Ach du Scheiße Warum sind da jetzt zwei Feige Ich habe mich schon gewundert, warum die mich angreifen Da limit Alter, die verfolgen mich hier relativ weit Was machen die, ballern die einfach in der dumme Gegend rum und werfen Kanaden? Ihr seid viel zu weit weg. Ey, ich weiß, was ich mache. Wie brech ich denn in die... Ah. Ja, sehr gut. Ich kleide jetzt einfach schnell hier hoch und baller den von oben ab. Oh nein, das ist der, den ich schon kenne. Damn it. Darum wird der mir auch als einziger angezeigt. Ja, sowas nennt man dumm. Prüfung der Reichheit? Nein, das will ich nicht, ich will da hin. Ich will mich doch hier verbessern, damit ich so fähigkeitenmäßig voll abgehe. Gut, dann fahren wir jetzt einfach mal da hin. Okay, ich will das eben nicht. Ich will das nicht. Tu meine Leid, ey. Ach du Scheiße. Das war erbaut. Ich weiß doch, was mein Wäckel hier kann. Oh s***. Das ist aber aber nicht. So, so macht man das nicht. Einfach auf und zu und durch. Ich hab nur auswahl von Lassdorfer. Soll ich das zufällig auch gerade machen? So, jetzt. So, jetzt.